Dieses Foto sollte ursprünglich als Dokumentarfoto für eine Teleskopanlage dienen. Erst hinterher entdeckte man einen ungewöhnlichen Schatten weit hinten am Horizont. Hat man hier tatsächlich so etwas wie eine fliegende Untertasse auf einem Foto festgehalten? Oder handelt es sich vielleicht einfach nur um eine zufällige Wolkenansammlung? Dieses Foto bleibt wohl auch in Zukunft eines von vielen rätselhaften Bildern, auf die kein Experte eine Antwort weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020